Heute die neue Friseur Peter, ich muss mal wieder zum Friseur. Meine Haare sehen furchtbar aus, mag ich gar nicht mehr leiden. Ich hätte auch gern mehr Stufen oder irgendwas anderes. Was meinst du? Ja, kannst du ja mal ausprobieren. Einfach mal was Neues und anderes. Hey meine Süßen, ich gehe jetzt mal schnell zum Friseur. Papa bleibt bei euch. In Ordnung? Was möchtest du denn beim Friseur? Deine Haare sehen doch toll aus. Das ist lieb, dass du das sagst, Schatz. Aber Mama wollte mal was anderes ausprobieren. Vielleicht mal eine neue Frisur. Von uns aus kannst du das gerne machen. Guten Tag. Guten Tag, Frau Jansen. Nehmen Sie doch kurz Platz. Ich bin gleich bei Ihnen. Ja, danke. In Ordnung. Auf Wiedersehen, Frau Maschmeyer. Ich hoffe, die neue Frisur gefällt Ihnen. Ja, das werden wir dann auch sehen, wie ich damit zurechtkomme, ob sie mir gefällt oder nicht. Wenn nicht, dann komme ich nochmal vorbei. Das können Sie mir glauben. Ja, machen Sie das. Dann schneide ich gern nochmal nach. Auf Wiedersehen. Und Ihnen wünsche ich viel Erfolg. Sie haben es aber auch bitter nötig mit Ihrer komischen Frisur. Ich glaube, ich höre nicht recht. Was erlauben Sie sich? Sagen Sie mal. Also sowas. Leute gibt's. Das glaube ich ja gar nicht. Frau Jansen, das dürfen Sie sich nicht so zu Herzen nehmen. Die ist immer so komisch. Sehr schwierig, die Frau. Wir können dann jetzt auch loslegen. Lehnen Sie sich einfach zurück, denn wasche ich Ihnen erstmal die Haare. Wenn das Wasser zu heiß ist, dann bitte Bescheid sagen. Ja. Ist das so angenehm? Ja, das fühlt sich sehr gut an. Nehmen Sie hier auf dem Sessel bitte Platz. So, dann wollen wir mal. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht so wirklich einen Plan. Eigentlich würde ich ganz gern irgendwas mit Stufen machen. Aber ich würde mich auch gerne überraschen lassen. Ja, wenn Sie möchten, dann decken wir gerne den Spiegel ab. Und ich zaubere Ihnen eine schöne Frisur. Ja, die Idee ist super. Das möchte ich mal ausprobieren. Da wird meine Familie ja wirklich staunen hinterher. So, dann decke ich mal den Spiegel jetzt ab. Sind Sie schon fertig? Ja, wollen Sie mal sehen? Na klar. Wow, das sieht ja toll aus. Das soll ich sein? Das glaube ich ja gar nicht. Mensch, das sieht ja richtig schick aus. Sehe ich auch jünger aus. Finden Sie nicht? Ja, genau das war ja mein Plan. Gucken Sie mal. So sieht es jetzt von hinten aus. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Schön stufig. Super, gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Was bekommen Sie denn von mir? Das macht dann 28 Euro, Frau Jansen. Hier, 30 Euro. Das stimmt so. Für die gute Arbeit. Oh, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob genug Salz drin ist. Hm, könnte noch ein bisschen mehr Salz rein. Hallo, ich bin wieder da. Hey, wer sind Sie denn? Ach, Viktoria, du bist es. Du siehst aber richtig schick aus. Ich hätte dich gar nicht erkannt. Ich habe schon Essen gemacht. Oh, was gibt es denn leckeres? Eine ganz leckere Kartoffelsuppe. Hm, also wenn die so schmeckt, wie sie riecht, dann wird das gut schmecken. Probierst du mal, ob genug Salz drin ist? Ja, klar, gerne. Boah, hoi. Hoi, habe ich zu wenig Salz reingemacht? Nein, um Gottes Willen. Da ist viel zu viel. Die ist total versalzen. Und jetzt können wir die nicht mehr essen? Na, wie willst du denn das Salz aus der Suppe holen? Die können wir nicht essen, nein. Hm, stimmt. Wir können uns ja Pizza bestellen. Ach, Quatsch, ich koche schnell was anderes. Ich glaube, Mama ist Salz. Wir sehen mal nach. Mama, deine Füße sieht ja echt gut aus. Danke, Greta. Mir gefällt es auch sehr gut. Was gibt es heute zum Essen? Papa hat die Suppe leider versalzen, Kinder. Deswegen müssen wir entweder Pizza bestellen oder ich koche schnell was anderes. Ja, Pizza bestellen! Na gut, von mir aus, wenn ihr unbedingt wollt. Aber dann eine Familienpizza. Ja, ich rufe gleich an. Das ging ja schnell. Die Pizza ist schon da. Ja, bitteschön. Dankeschön. Mh, die riecht aber lecker. Hier, 20 Euro. Stimmt so. Mama, die Pizza ist da. Super, da freue ich mich. Mh, leckere Pizza und Salami. Wer möchte denn alles ein Stück? Bello, du nicht. Du kriegst dein Hundefutter. Ich möchte ein großes Stück Salami-Pizza. Das bekommst du, Greta. Ich muss Bello noch Hundefutter hinstellen. Der ist schon ganz unruhig. Wenn uns euer Video gefallen hat, dann abonniert uns. Gibt uns einen Daumen nach oben. Dankeschön. Vielen Dank.